ich brauche jetzt schutz ja ich rufe kurdi war was ist deine mission was machst du warum ist löwe seine nacken so dick warum wenn er seine arbeit selber macht er gibt ein zitat ich vertraue und ich war mein vater er hat meine mutter heiratet oder erzähl irgendwas bruder erzähl mir bruder du machst mich neu dass er du verwechselst mich mit anderen leuten stell dir vor ich brauche jetzt schutz ja ich rufe kurdi war was ist deine mission was machst du meine mission ist ich komme und bring den einen monat bei wie du dich mit deinen leute jetzt habe ich verstanden du kommst du bist wie du kommst und dann bringst du diese person bei wie er leben kann versteckt an der cover an der cover wieder von auto aussteigt werden aus dem ersten punkt was er macht was macht er erstmal in einladen regnet erstmal einmal augen zu machen vorsichtig was diese wert bekannten sitzt und die toiletten kontrolliert und alles mal fünf alles mal nehmen ich sage jetzt die toiletten bruder von von geheimen wie ach so er geht in laden rein er checkt alles erstmal alle checken alle checken aber der mann weil sie erklärte nur ein kleinere und hier ist doch immer komm an du hast du ein krankheit okay du hast du gehst immer in immer dieser land frei okay die und dein feind er bereitet sich schon in dieser lade schon fertig vor sogar wenn du mit 20 leuten absitzt er macht sich schon eine 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 du kommst da rein wie ein dies okay eine vision ja also ich sag dir was soll ich dir sein du bist du bist gefährlich oder du hast deine fantasie bruder wie es unglaublich das kann man das ist wahres leben das kein fantasie du denkst du wir sind im kindergarten wir sind gekommen zu sterben wir sind nicht gekommen hier s-klasse zu fahren lamborghini zu fahren rolex zu tragen wir sind gekommen zu sterben wir sind nicht gekommen für sowas ich meine sehr ernst